So, das ist Pauls Fisch, der irgendwie abgeht. Wir wissen nicht, was er hat, aber er hat ihm das beigebracht. Also so schwimmen Fische normal. Gerade. Die sind gerade. Sieht man auch hier sehr schön. So gerade, ne? Und dieser Fisch hat irgendwie einen kleinen Knick und schwimmt immer so im Kreis und manchmal schwimmt er gar nicht und er guckt auch ganz traurig. Natürlich, Paul. Noch. Ganz, ganz komischer Fisch ist das.